Wie geht ihr denn? Schön, dass du wieder los hast zu Assassin's Creed Brotherhood. Wir haben immer nur da einen Ektor. Dann können wir natürlich nicht weiter, weil uns Reviver wieder geklaut worden haben. Dann haben wir da. Jetzt auch Siege aus mir. Ach, die Früste, Alter. Eine schöne Kiste habt ihr da. Ist nicht meine. Aber ihr tragt sie doch in euren starken Augen. Wollt ihr mir da anfassen? Und was sag ich dem Priester bei der Weichte? Also jetzt ist es so aufstehen. Heute ebenso wieder rauf. Heute. Hör, wie schön da jetzt raufkommst, so. Oh Gott, das ist doch. Geld für euch Banke. Ich nehme das. Und das. Weggetreten. Wo ist nur mein Geldbeutel? Honoratissima. Willkommen auf meinem Fest. Ich bin Juan Borja. Cesare spricht gleich im großen Saal, Celenza. Komm. Ich hoffe, du genieste. Hallo. Die Roste ist so fein. Niemand hält mich auf. Das verstehst du nicht, Mike. Mir gehören alle Wälder. Meine Mälder. Ganz im Gegenteil. Ich sah dich Geld von meiner Wache stecken. Dafür habe ich einen Ritt frei. Mehr noch, ich will, dass du die ganze Nacht gehörst. Danke, dass ihr gekommen seid. Wir haben eine lange Nacht vor. Oh, es ist harte Arbeit, mit den Roma Peti mitzuhalten. Weil er wieso ihn da jetzt rausgekommen hat. Manche sogar aus dem fernen Schweden... Ja, das ist lustig. Oh, woher noch? Ich kann nicht. 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 Mein Gott. Wenn ich auch nicht. Oh, jetzt wird jetzt doch hier. Ich möchte ablenken lassen. Jetzt wird es doch bleiben. Es wird jetzt auch mal aufzumachen. Jetzt kommen wir. Okay. Das nervt. Jetzt so wieder ein Wiederkühlweiber. Ganz im Gegend. Ich sah dich Geld von meiner Wache stehen. Dafür habe ich auch deinen Ritt frei. Mehr noch. Ich will, dass du die ganze Nacht bleibst. Danke, dass ihr gekommen seid. Wir haben eine lange Nacht vor uns. Ja. Okay, ich werde das aussuchen. Braucht man aber so im Scheiß fürs Überreich. Wie könnte ich meine Siege besser zelebrieren, als mich unter das Volk zu mischen? Bald treffen wir uns hier wieder und feiern ein vereintes Italien. Und dann dauert das Fest 40 Tage und 40 Nächte. Cominciamo! Ora! Genau. Wenn wir ohne Konditionen haben. Wir waren nie einig, Italien zu erobern. Wenn euer brillanter Generalhauptmann sagt, wir schaffen es, dann lasst es doch einfach geschehen. Ihr riskiert das empfindliche Gleichgewicht der Kräfte, das so schwer herzustellen war. Ich begrüße, was ihr für mich getan habt. Doch ich führe das her, also entscheide ich auch. Schaut mich nicht so an. Genießt den Abend. Es ist bloß der Dicke Schwabbel da. Es ist bloß der Dicke Schwabbel da. Was ist zu durchstehen? isch? ich führe es? Wie versteckt er! Ich komm gleich mal los! Ah, ah ah?! Da kann ich auch mal das Spiel wegnehmen. Ich kann nicht erschießen. Ich kann da nicht viel weiter gehen. Ich bin schaum. Ich warte mal. Ich bin groß. Ich bin groß. Warum? Meierfressi, Makel den Typen und wer... Ist so fucking unlogisch. Wirklich richtig unlogisch ist das. Wer weiß, Makel und dann, dass ich ihn vor mir greife, oder? Ist ihr denn mit einer Frau etwas anzufangen? Doch, Hans. Hier habt ihr doch sonst nie gerechnet. Wahrscheinlich. Dann bist du hässlich. Ich habe tatsächlich nicht eine Maske, bevor wir die von den riesigen Behörden bleiben. Ich will mich mal informieren. Meine Güte, hey. Die ist immer das gleiche mit den Weiber. Dann hast du das und dann kannst du das beruhigen. Weißt du, auf einmal ist die Dinger so, hey, geh einfach langsam aus wie er. Weil ich bin der, der bloß Zeug nicht dafür. Das nervt mich schon wieder, ey. Ich werde mal nur um sicher zu sein. Hallö. Hallo. Also langsam und reichen sie mir auf, für was mache ich das mit einem Giftpfeil, dass ich in einer Menge drin stehe, dass mir der dann trotzdem seht. Boah, langsam fackt's auch nicht, du. Mit der Schutz und 10.000 sind mir immer gut. Geil. So. Dann gehen wir erstmal wieder bis auf. Der zu tief verkehrte Heilige Pfarrer hat das Vorhaben abgesegnet, die Mieten der kirchlichen Besitztümer in Bezirk zu erhöhen. Wie sollen die das jetzt machen? Was, jetzt kann ich nicht mehr, ich kann nicht mehr das Ding. Einfach schnell da, das Ding da. Ich kann da jetzt extra rum. Also. Jetzt stehe endlich. ich das wieder aufwickeln. Geht doch. Alter. Du musst tausend mal rumrennen. Nur weil der Ding abfällt. Ich wüsste noch nicht. Ich geh immer zu denen. Da steh ich noch nicht. Muss man ja auch nicht. Da hin komme ich nicht. Oh, jetzt kommen wir. Ja. 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 Da war heute wieder da. Ja. 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 Ich muss mich jetzt aufhören und den Ding nochmal. Synchronisation. Das hilft dir heiß am Arsch, oder? Und tschüss. Wie? Höh! So. Ich werde jetzt von den Briefkasten gehen. Weil die alle wieder da sind. Und das ist eigentlich viel unnötige Zeit. Wo die unnötig daheim geguckt haben. Da müssen wir schon die Welt wieder in Ordnung bringen. So. Waffen. 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 Dreеюсь wir auf Vertracken. Schoffen sie nicht. Aber ich kann nur das wohl die Schoffen wissen. Jetzt schafft sie es auch. Wissen nicht. Dies geht. Nee. Das ist so großkant. 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 Schauen wir mal kurz auf den Karten. Das ist so großkant. 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 Das ist so großkant.